Nipp und Nau, die Ud-Kenner. Na, wo siehst du denn Ud? Ich hab nen Böks. Disney. Mach sehn, man, dat Wort is old. Lieke is cool. Sogar so cool, dat wie Plattdeutschen dat wiedergeben heb. Tompi spielen aus Skandinavien. Werden die Skandinavier dafür unrumlocklich? Nee, die haben Bänkleider. Dann kamen die Böks. Recht so? Habt wie Büchsen verdeelt? Nee, du darfst baddeln. Koppel und Handelslöp dat Wort in Mittelöller mit einer Schweden, Dänemark und Norwegen nahm. Ob die Kocken und so. Aber nicht so coole Leatherböks. Pah. Dat glaubst auch bloot du. Auch die Leatherböks ist in die Zeit am Reisen gorn. Die haben kein Leather, wat? Doch, bloot die hab Skinsicht. Lort mich raten. Dann hab sie Leather cooler von... Blankskin hätt sich dat Leathertum ins Gaut fast sett. Sonderlich in Dänemark. Kiek, dat is cool. Sympi mein ich so. Wie Dilt gern. Kiek, datasetsempath. Das war, was du mit den gives. Bis zum nächsten Mal. Kiek, dat ist ja kinda. Und dann wirdigos gut vertreallen. Weg ins Gaut ist aber, was du schon klar?